Grundsätzlich ist es eine Reise für alle möglich, von den Aktivitäten her. Wir haben drei Gruppen, die Wanderer, das sind die, die wirklich wandern wollen. Dann haben wir die Genusswanderer, die sind ein wenig gemütlicher unterwegs, wo man auch mal im Fotohalt macht. Und dann gibt es auch die, die nicht wandern wollen, die bleiben dann jeweils an der Anlage gestellt. Ich bin sehr froh an diese Möglichkeit, weil ich hätte es sonst dazu geneigt, mich vielleicht etwas zu überfordern. Für mich war es gut, dass ich in einer schneller Gruppe war, weil ich eigentlich gerne noch etwas schneller unterwegs bin. Und ich kann es dann auch geniessen, noch nebendran mit Brümchen zu schauen und fotografieren und das reicht immer noch. Ich hoffe, dass die Zeit gut ist. Ja, gut. Wir gehen. Also schnell genug. Das ist gut. Ich habe mir gedacht, dass ich auf den normalen Huyck gehe. Ich bin ein reasonably guter Gehäuber, aber es gibt viele junge Leute auf dieser Reise. Und sie gehen viel schneller als ich. Ich bin sehr froh, dass ich auf den normalen Huyck gehe. Es gibt dir Zeit, zu relaxieren, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen, und zu sehen, was ist passiert. Wenn ich einen schnellen Huyck gehe, kann ich das in Schwesterland machen, aber vielleicht nicht hier. Ich freue mich 새 recovery im Studio. Stand mit Nhutive Kildur und Erinnerung. Wir sind schon wieder in Schwesterland gek chúng. Ich sch慢ate mich. Verene wundere hatten. Ich freue mich nicht.